Etwa die Hälfte des Blutes besteht aus Plasma. Plasma ist sozusagen der flüssige Teil des Blutes und besteht zu 90% aus Wasser. Ansonsten finden sich im Plasma noch weitere wichtige Dinge wie Proteine, Elektrolyte, Glucose, Enzyme und Hormone. Das Blutplasma allein sieht wie eine gelbliche Flüssigkeit aus. Die andere Hälfte des Blutes besteht aus Blutkörperchen. Das sind Zellen, die sich frei im Blutplasma durch die Blutbahnen bewegen. Und genau diese Blutkörperchen sind für uns in der Krebstherapie besonders wichtig.